Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Gebratener Eierreis. Gebratener Eierreis oder Gebratener Reis mit Ei ist eine Beilage aus der chinesischen Küche, kann aber auch als Hauptgericht gegessen werden. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 600 Gramm Reis aus ca. 250 Gramm Reis, abgekühlt, am besten vom Vortag. 6 Esslöffel Erdnussöl oder Sesamöl. Vier Eier, drei Lauchzwiebeln, Sojasauce nach Geschmack, Salz, Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Pfanne, Schneebesen. Zubereitung Den gekochten, abgekühlten Reis in einer großen Pfanne im heißen Öl anbraten, dabei mehrfach umrühren. Die Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden und zugeben. Die Eier in eine Schüssel aufschlagen, mit dem Schneebesen verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Eiermasse zum Reis geben und leicht stocken lassen, dann mehrfach wenden, bis die Eier nicht mehr flüssig sind. Nach Belieben mit Sojasauce würzen, nochmals abschmecken und servieren. Diese Varianten gibt es. Gemüse nach Wal mit anbraten. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!